Mein Name ist Bella und das ist Lucas. Wir spielten Ball und keine Schuhe kauen. Keine Schuhe kauen. Ich hatte eine tolle Familie und ein wunderbares Zuhause. Eichhörnchen, Eichhörnchen, Eichhörnchen! Ich hatte mich verlaufen. Hey, da ist ein Hund. Ich glaube, er braucht Hilfe. Und war weit weg von Zuhause. Bella! Die Welt war so viel größer und gefährlicher, als ich sie mir vorgestellt hatte. Hey, lauf weg! Der Hund hat sein Leben gerettet. Der holt sich ein Doggy back! Ich entdeckte, dass jede Herausforderung, die ich bewältigte, jede Angst, der ich mich stellte, mich näher an den Ort brachte, an den ich gehörte. Ich bin ein gerochen, wie es all over ist, wenn ich wiser, wenn ich älter und mährer bin. All this time, ich wundere mich, und ich, ich, dass ich mich erinnere, ich, das ist.